Frau Liffers, ich habe Ihnen ausnahmsweise genehmigt zu duschen, aber nicht stundenlang. Was ist alles runter? Dieses verdammte Zeug muss runter von meinem Körper. Runter, runter. Wenn Sie nicht augenblicklich da rauskommen, hole ich Sie höchstpersönlich. Gift. So, weg. Weg. Gift. Immer. Gift. Susanne, kannst du mal kurz nach Frau Liffers gucken, bitte? David! Oh, mein Gott, das will ich von mir aus. Was haben Sie gemacht? Oh, nein. Hier. Er doch. Er doch. Er doch. Er doch. Er doch.